es gibt zwar immer noch bomben ob zwei blitzbomben aber es gibt keine magischen pfeile mehr und zwar konnte man mit dem magier indem er ihm pfeile in die hand gab und einen bestimmten zauber sprach konnte man pfeile verzaubern so ok was ist das für ein rätsel ach so da geht das ding kurz aus es ist nur die frage beöffnet man das ding ach da unten sind druckplatten ok ok und so öffnet man das teil oh noch mehr bolzen das ist gut das war wiederum nicht so gut wo ist der stein dieses mal hin oder hast du ihn schon wieder nein sieht nicht da noch aus ah hier dumm dumm ok das hat geklappt das hat gepasst eine turbine und da kriegen wir unseren stein theoretisch wieder brauchen wir allerdings nicht äh ok das ding schießt einfach bloß hin und her oder wie hier hm ah ja ich verstehe ok ich glaube ich verstehe ich hoffe mal ich verstehe und zwar wir müssen das aktivieren und dann geht da hinzu naja und wenn wir das so machen dann ok das ist dann am schlimmsten hier durch zu kommen ok fast geschafft äh nein noch nicht ich will erst die truhe ah das war schon mal der richtige riecher hier hin zu gehen nein das war auch falsch getrimmt und ja ich versuche das jetzt ob es falsch hier muss ich drücken äh äh und direkt reingelaufen ok ich muss echt gucken dass ich hier an den rändern laufe wow ich hab's durch geschafft sehr gut diviners cloak brot essen energy also ja für das essen bin ich immer zu haben kann ich gleich mal ein bisschen verteilen oh du hast schon wieder sehr viele ingredienzien gemacht dass ich dem was auch rein sortieren muss knuckles of steel protection protection strange und extremity das ist eigentlich ja gut äh sie trägt schon plategarden was sind das für dinge das sind gar keine die zählen nicht zur schweren rüstung also kannst du die ruhig anziehen habe ich nichts dagegen so letzter schlüssel und der weg zurück so hätte man richtig cheaten können einfach hier die von dinge einschalten und dann einmal rumgehen aber ja ok bevor ich den letzten schlüssel reinstecke speichere ich definitiv ab weil ich habe das gefühl es passiert was böses LP 112 ok ok da ist url warm bound und er hat betrachter dabei und er ruft scheußlichkeiten aus der unterwelt äh das ist nicht gut einer ist paralysiert und ich komme hier nicht durch äh ok das war schlecht vielleicht sollte ich ihn einfach zuerst in so ein stasefeld reinstecken dann gucken dass ich den äh betrachter los werde und mich dann mit ihm anlegen genau das ist der perfekte plan und oh bärenform so genau ok wir haben bärenform und wir haben uns gerade selber irgendwie getroffen und wir sind alle paralysiert äh das ist nicht so schön ah da ist der blöde betrachter den ich loswerden sollte äh ok äh den da nicht gerade ich sollte den vor mir loswerden den da kann ich einfrieren so und bärenform hat nachgelassen ouch trink jetzt ist er da ok du trinkst den da und jetzt bist du tot äh ich hab noch einen so raus da wow du bist stark das muss ich dir lassen und du kannst zaubern das habe ich ganz vergessen wow aber jetzt versuchst du wieder gegner herbeizuzaubern das lasse ich jetzt erstmal nicht zu naja da geht auf wow da kann ich mich zurückziehen das hätte ich vielleicht früher gucken sollen aber ist egal ich hab jetzt halt die drei äh äh resurrection potions verbraucht ich hab ja zum glück noch genug von dem dunkelheitskräutern der ging irgendwie leichter von der hand als sein Bruder so so stirb ich sagte stirb so da ist noch einer wahrscheinlich weil ich doch einen ticken stärker bin mittlerweile so ist hier noch jemand eine portion of willpower für dich und ein stärker tracer der sogar die lebenspunkte regeneration erhöht auch was für dich so 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 und ein Powerjam damit sind die Katakomben fertig fertig ja damit sind die Katakomben abgeschlossen sehr schön jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel oh einmal Windgate to surface please ja komm irgendein Boneblade das nicht wirklich was bringt äh nehmen wir es trotzdem mal mit den Divinerscloak ne Evasion Dixterity ist wichtiger für sie so das heißt haben wir noch mehr Schmuckstücke irgendwo ja das da das da kann auch mal zu ihm ah ist Friedhof ist abgeschlossen und wir können das hier alles verstauen die Mirror Chestplate Sichel die Schriftrollenrätsel die Handschuhe kann alles da bleiben die Divinerscloak kann hier bleiben die beiden Gift Gift Bracers brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell ja hat noch jemand was du hast noch deinen Bane aber den behältst du ja noch du Dark Bolt Fizzle ja den wirst du wahrscheinlich auch nicht so schnell lernen Eis Shards Frost Shield ja Frost Shield ja was heißt hier Water Magic du hast Water Magic doch auf drei äh Lightning Boat kannst du mal weggeben und Fire Shield kannst du den dann auch behalten falls wir den mal gebrauchen könnten und du gib ihm einen Fisch so das heißt Cemetery ist abgeschlossen damit Stormreach Hamlet das Teil ist da drüben Hi Vark oh Hi Vark ich mag Vark Steak falscher Zauber ein Vark Steak besser als nichts warum habe ich nur 14 Armbrust Bolzen ich hatte 20 das muss ich jetzt kurz gucken wir fehlen 6 Armbrust Bolzen das kann nichts sein ich brauche Licht hier geht es nur hoch hier rum das kann ich mir nicht mehr